Schatten-Dasein ist eine Art Halb-Dasein. Schatten-Dasein kann heißen, dass man das Gefühl hat, man lebt nicht richtig. Schattenwelt gibt es ja in der griechischen Mythologie, wo es heißt, dass man nach dem Tod weiterlebt, aber nicht mehr richtig. Es ist eine Schattenwelt, die irgendwo, wo man nicht mehr richtig ist, erfährt und keine richtigen Dinge mehr lernen kann und so weiter. Eigentlich eine grässliche Vorstellung. Bin ich froh, dass es in der Yoga-Richtung die Reinkarnation gibt und die Reinkarnationslehre, wo man nicht so sehr vom Schatten-Dasein, Schattenwelt spricht. Aber manche Menschen sind auch in dieser Welt in einem Schatten-Dasein. Sie haben das Gefühl, sie stehen im Schatten von jemand anders. Sie hatten mal einen schweren Verlust erlitten und seitdem empfinden sie ihr Leben als Schatten-Dasein. Angenommen, du hast deinen schweren Verlust erlitten und er saßt ein paar Wochen her. Gut, dann ist es normal, dass du in einer Trauerphase bist und Schatten-Dasein kann, muss aber nicht, aber kann zum Trauerprozess dazugehören. Nur irgendwann wird es Zeit, aus dem Schatten herauszutreten, ans Licht zu gehen. Irgendwann ist es Zeit, dir zu überlegen, wie will das Leben weitergehen? Was gibt es dort zu tun? Vielleicht hast du auch mal einen Menschen kennengelernt, der sehr viel weiß und dem du einfach gefolgt bist. Irgendwann ist es auch wichtig, aus dem Schatten des großartigen Menschen herauszutreten, der dir geholfen hat. Gute Lehrer und auch gute vorgesetzte Führungspersönlichkeiten erkennen den Moment, wann ihr Schützling bereit ist, selbst in die Sonne zu treten und selbst Dinge zu gestalten. Manche aber erkennen das selbst nicht, dann musst du selbst dein Leben in die Hand nehmen und von dir aus aus dem Schatten heraustreten. Führst du irgendwo ein Schatten-Dasein? Dann frage dich, wie komme ich dort raus? Wenn dir das allein nicht gelingt, dann geh mal eine Woche in ein Yoga-Vidya-Ashram, da bekommst du Kraft und Inspiration. Nachher wird dir das leichter fallen.